So, Hallöchen und Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu FIFA 16, Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Es geht weiter am Wochenende gegen Mainz. Aha, also auch das wieder ein wichtiges Spiel, bevor es in der Champions League weiter gegen Lyon geht. Jetzt müssen wir uns aber erstmal auf Mainz konzentrieren. Monatliches Scouting-Update. Eieiei. Oh, 15. Aha, Spieler verpflichten. Den nehmen wir natürlich sofort und sehr gerne. Monatliches Scouting-Update. Wieder ein Torwart. Wieso sind die guten alle Torhüter? Oh, hier. Aber schon 17. Wieder ein Torwart. Das ist ja... Torhüter habe ich. Ich brauche Schiele. Wer will zu Schiele ablehnen? Ich will immer noch zu Deutschland. Auch in meiner fünften Saison. Fünf, vier, vierte Saison. Auch in meiner vierten Saison will ich immer noch nach Deutschland. So, Heimspiel gegen Mainz. Zuletzt lief es ja richtig rosig. Viele Tore geschossen. Mal gucken, ob es heute bleibt. Wem können wir denn mal... Das tapfere Snyderlein spielt ja weltmeisterlich im Moment. Ja, der Goose Feig. Den müssen wir... Ich möchte dem auf jeden Fall heute auch wieder Spielpraxis zuordnen. Deswegen Robben erstmal draußen. Und ansonsten... Ah, hier. Ne, neuer nicht. Alaba, Bernard tauschen wieder. Quatsch. Und hier kommt... Muss... Darfi wieder rein. Den haben wir dann auch schon wieder richtig gut hinbekommen. Ich denke mal, ich werde im weiteren Verlauf Kimmich einwechseln. Ja, äh, nicht zu sehr. Achso, wir haben ja Champions League unter der Woche. Ähm, das heißt, ich muss dann doch nochmal den ein oder anderen Superstar hier schonen. Das wird Geiß. Und dann heißt es heute wieder ein bisschen mehr Jugendforsch beim FC Bayern. Hallöchen und willkommen in der Münchner Allianz Arena. 15.30 Uhr. Bestes Fußballwetter. Und ja, hoffentlich kann ich hier hier und heute wieder ein Feuerwerk abrennen. Allerdings aufgepasst. Mainz, genauso wie Augsburg und Ingolstadt. Persönliche Feinde von mir hier in FIFA 16. Ich kriege es einfach immer nicht so richtig hin, gegen diese drei Mannschaften großartige Spiele abzuliefern. Ingolstadt auch schon verloren diese Saison wieder. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht gegen Mainz. Die sind immer stark Spieler im Fokus. Ronaldo, fünf Tore schon in dieser Saison. Nur Aubameyang hat zwei mehr. Ja, geht direkt los. Meine Aufstellung kennt ihr. Aber Mainz nicht so viel, wie ich jetzt sagen würde. So, natürlich auch heute fabelhaft mit Jugendforsch unterwegs. So, das tapfere Schneiderlein. Kielemanns. Ah. Dabei müssen dem Jongen hier die Spielpraxis geben. Der hat so viel Potenzial. Ich hoffe mal, dass er noch schneller wird im Laufer. Der ist ja erst 16. Also, wann gab es das mal, dass ein 16-Jähriger beim FC Bayern in der Startelf steht. So. Auf jeden Fall volles Rohr, volle Konzentration. Die wissen natürlich, dass ich gegen Mainz angreifbar bin. Ah. Klünter mit dem nicht so guten Pass. Klünter, wie gesagt, gefällt mir immer, immer besser. Reus, Junge. Schön erkämpft hat er den. Geil, oh, Marc. Oh, und Schneider immer noch, Westley. Schneider. Oh, Feig bist im Wald. Oh, der ist einfach langsam, der Feig, du. Oh, Leroy Sané, den habe ich an Mainz verlieren. Ja, der kommt nach dieser Saison zurück zum FC Bayern. So, lassen wir sie da hinten mal so ein bisschen rumzaubern, zu bürsten. Oh. Oh, gibt Einwurf. Leroy Sané hat den einfach nicht unter Kontrolle. Ja, Marc, du, Feig, selbst die einfachen Bälle. Hier sind noch ein bisschen unsicher. Schneider verliert hier leider den Ball. Aber er ist halt beim Bayern auch Kämpfer geworden. Versucht ihn selbst direkt zu erobern. Und Einwurf. Also Mainz kriegt es auch nicht hin mit dem Spiel nach vorne. So, und Klünter. gegen Leroy Sané. Telemans. Versucht es hier mit Reus. Schön gespielt. Nein. War Ronaldo überhaupt schon einmal am Ball heute? Ah, Kimmich. Schönes Ding. Und wieder Klünter. Na, aber Schneider der Kämpfer. Oh, Klünter. Oh, schön vorbeigelegt. So, und dann mit aller Ruhe wird hier dabei geklärt bei den Bayern. Schön Ronaldo. Oh, der kommt nicht durch. Kimmich wäre es gewesen. Und jetzt wird hier irgendwas gepfiffen. Vielleicht abseits. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Freistoß für Mainz. Oh, Kimmich. Auf, Ronaldo. Auf, Wesley Schneider. Und, ja. Wesley Schneider. Nicht sein erstes Tor für den FC Bayern. Mann, der Junge gefällt mir richtig, richtig gut. Ablosefrei gekommen. Das sage ich noch mal und betone es extra gerne. Wesley Schneider kam ablösefrei. Den hätte ich echt früher holen sollen. Ah, Thielemann. Schönes. Wieder hier ist Schneider. Kimmich. Raus, auf. Schön, Joshua Kimmich. Ja. Zweite Bayern. Joshua Kimmich. Wenn ich es einem gönne, dann doch den jungen Kimmich. Also, beide Wechsel haben sich schon gelohnt. Hier ist Bruce Feig am Einleiten. Sehr schön. Und Kimmich erweist sich hier als Gullgitter. Ja. So schön kann Fußball sein. So schön und einfach. Jetzt noch ein Ronaldo-Tor und dann ist dieser Spieltag da schon wieder nahezu perfekt. Das hier. Bruce Feig. Schade. Jetzt wollen sie hier aber Freistoß. Nachdem Boateng damit angepackt hat. Schneider-Freuss, was ist hier mit Mainz los? Reuss, 3-0. Also, im Moment läuft es richtig rund. Ach, herrlich. Herrlich. 3-0 zur Halbzeit. Ich würde gerne sagen, man gab es da schon mal. Aber das gab es halt in dieser Saison schon mal. 4-0 war, glaube ich, das höchste Saisonergebnis bis jetzt. 3-0 ohne Ronaldo-Tor. Das ist ja höchst erstaunlich. Ja, da können wir frühzeitig einen Dreierwechsel machen. So, Feig. Schön. Wieder kippig. Thielemanns. Aber diesmal hält er den. Nicht jeder Schusseintreffer heute. Yuri Thielemanns. Da wäre fast CR7 dran gewesen. Ach, abseits. Schade. Schade. Aber 3-0 Führung zur Halbzeit ist doch schon mehr als in Ordnung. Schade. Ah, Kusseik hätte jetzt angegriffen. Gut. Also, 3-0 Führung zur Halbzeit. Ich kann rechtzeitig wechseln. Ein paar Spieler nochmal für das Champions League-Spiel gegen Lyon schonen. In der Champions League läuft es ja auch richtig gut. Zwei Spiele, zwei Siege. Da können wir doch glatt den Headtrick draus machen. Aber heute müssen wir erstmal Mainz in der zweiten Halbzeit auf Schach halten. Oder auf Abstand, auf Distanz. Wie auch immer. Oh, Snyder mit einem... Oh, 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 oh. Remauschfoul hier. Beige gelb. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah. Ah. und der. Und, ah. Röust dazwischen. So, sechs Minuten gespielt. Mainz versucht es nochmal ein bisschen. Und Kanonenfutter für den Torwart. Ausgewünscht. Ah, den verliert Kimmich. Oh. Sané versucht es. So, ich mache schon mal die Wechselstartler hier. So, wen möchte ich reinbringen? Beauty Man für Snyder. Noch mehr Jugend. Ja, das war es mit Jugend, die ich dabei habe. Thiago kommt für Thielemans. Und dann bringe ich hier links nochmal Lewandowski. beziehungsweise tausche Ronaldo mit Lewandowski. Snyder vielleicht mit seiner letzten Aktion. und Klünter abgefälscht. Ecke, das wäre es jetzt gewesen, wenn auch der sein Tor gemacht hätte. So, rechtzeitig gewechselt. Viel Chance für die, die jetzt reinkommen. Beauty Man zum Beispiel. Einwurf. Ja, Thiago auch noch frisch hier. Und kein Problem für die Abwehr der Bayern. Schön. Oh, Beauty Man, schade. Beauty Man, einfach mal probieren. Ja, das sind die Dinge, die die Jungs brauchen, um sich dauerhaft zu verbessern. Schön. Wow. Der junge Kimmich, stark. Ach, Leon, das gedreht sich in die falsche Richtung, sonst wäre es richtig Bombe geworden. Und wieder neuer. so leider kein Ronaldo-Tour heute. Naja, vielleicht kommst du noch last-minute-mäßig. schön auf Thiago. Beauty Man und Goose Feig. Goose Feig mit seinem ersten Tor, glaube ich, für die Bayern. Die Flanke war eigentlich direkt für Feig gedacht, aber Beauty Man auch geiler Abschluss. Schade, dass der nicht reingeht. gut. Und Goose Feig dann in der Manier eines Thomas Müllers. So, 4-0. Saisonrekord eingestellt. Und das gegen einen der vielen, vielen Angstgegner. Hunting Man. So, und langes Ding auf CR7. den wollte ich zu. Jetzt schnirkeln sie hier hinten ein bisschen rum und betteln quasi nach dem 5-0. Schade. Klünter im Laufduell. Boah! Und weg. Konter. Nein! Neuer! Manuel Neuer pariert. dann halten wir mal das 4-0 fest. Jetzt würde ich sagen, De Blasiz nochmal und Neuer. So lang für Cristiano Ronaldo, dann würde ich sagen, oh, geht noch weiter. das war's. 4-0 gegen Mainz zu Hause in der Allianz Arena. Läuft bei mir. Ja, krimmig mit einem Tor. Wahnsinn. Beautyman, Fastentor, Guus, Feigentor. ja. Herrlich. So, gehen wir weiter hier. Ah ja, Snyder auch mit dem Tor, hat das Ganze ja eingeleitet. Joshua Kimmich 8,5. Klingt eigentlich nach einem Startbeginn in der Champions League für ihn jetzt. Schauen wir mal. Na ja, Thiago müsste eigentlich auch von Anfang an. So, machen wir hier nochmal Spielerentwicklung. Wie gesagt, den nehmen wir jetzt erstmal wieder. Guusfeig. Tempo Dribbling. Ja, der braucht noch Tempo. Gentner ist auch ein RM aus der Jugend. Wo ist er? Erstmal Kimmich noch. Tempo Dribbling. Da ist Gentner. Auch schon 17. So, dann habe ich noch Innenverteidiger Himmelmann. Fast ganz egal, was wir machen. El Rondo, es sieht immer gut aus. Und dann habe ich noch den Außenverteidiger Kobmanns. Nehmen wir auch El Rondo, da zieht er richtig durch. Simulieren. Das hat sich ja gelohnt heute. So, also das nächste Spiel gegen Olympique Lyon. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.